herzlich willkommen zurück zu common and conquer mission drei was brüderschaft unity peace ok was ok ok ist das eigentlich also frage ich mich immer noch macht das ein unterschied welches land du auswählst so keine wir gehen einfach auf den sudan 1996 oder 95 im bahn 28 millionen einwohner schreibt euch das passwort auf und rein geht's kane ist going to be pleased to hear how skillfully you've handled yourself and a word for me to kane goes a long way in the brotherhood these walls in prison many friends and members of the brotherhood free them regardless of cost overwhelm the prison but leave it standing ok die soundeffekte na gut ok wollen wir rein so was wie gefängnisse sollten wir besser zuhören ok so das heißt wir können auf jeden fall bauen ich habe hier zwischen gespeichert und würde erst mal schauen wir haben 4000 ok wird erst mal schauen wo hier was ist der wird anscheinend gerade angegriffen ok also hier ist auf jeden fall tibirium das heißt ich könnte gleich hin anbauen ok was ist das hier das habe ich schon nie gesehen über er überfährt alle ne 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 interessant interessant achta ok 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 so hier hat er ein bisschen weiter aufgedeckt ich finde die position gerade eigentlich ganz cool ist der jetzt schon tot ja dachte ich mir schon fast gut vielleicht sollte ich doch erstmal weitermachen zum durchforschen so warten wir jetzt eine gabelung hier ist das gibt es aber in der kirche eigentlich wieder kohle auf jeden fall falls es nochmal hier irgendwann okay da hab ich spoihl! mal ein bisschen erkunde Also Freunde, ich würde aber trotzdem gerne nochmal gucken, was hier oben ist, damit ich weiß, wo ich meine Basin setze. Gerade mit den Motorrädern kannst du gut gucken. Scheint ist hier oben der Feind, oder was, ne, hier ist er nicht, hier ist die Karte vorbei. So, hier ist ein Dorf anscheinend. Ja, bleib mal hier. Ich würde gerne mal ein bisschen was hier ist, okay. Hier geht es auch nicht lang. Das heißt, hier könnte ich mich doch eigentlich ziemlich gut einbauen. Oh ja, und dann müssen die da oben lang, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber, glaube ich, weit weg vom Tiberium. Ah, okay, okay, hier ist eine Base. Könnte ich jetzt durchrennen und einfach alles kaputt machen, oder wie? Okay. Ja, guck mal bei der Base an. Okay, okay, okay. Ja, wie weit geht das noch weiter? Mhm. Das heißt, am besten eigentlich hier hinsetzen, ne? Wenn ich den hinsetze und da ein paar Türme hin. Wo ist denn... Ich glaube, einmal gucke ich noch schnell. Mission 3 sollte jetzt eigentlich auch noch machbar sein. Mhm. Könnte natürlich auch da unten hinsetzen, aber hier eigentlich scheint mir das hier ziemlich verlungen. Moment. Hier wollte ich eigentlich nachgucken. Genau, sehr schön. So, zeig mir mal, was hier hinten ist. Vielleicht muss ich ja auch gar nicht überstrategisch rangehen. Okay. Würde mich halt gerne irgendwo hinstellen. Ja, hier ist halt... Naja, aber auch nicht so viel Tiberium. Würde mich gerne so irgendwie hinstellen. Dass irgendwie Abwehrtürme einfach alles regeln könnten. Okay, und hier ist halt schon das, ne? Die Karte ist eigentlich klein. Okay, dann zeig mir nochmal, wie viel Tiberium hier ist. Ja doch, ich denke mal, hier setze ich den hin. Und baue mich hier einfach auf. Müsste okay sein. Na, fahr mal rein. Okay. Sieht ganz gut aus. Wir versuchen einfach mal. Hier ist halt auch. Ja komm, pass schon. Ähm, so. Und dann würde ich sagen, alle mal hier hoch. Rottenback, glaube ich. Okay. Dann geht mal hier hoch. Weiß nicht, ob hier jetzt schon welche stehen. Ist der zu weit weg oder was? Wenn die nicht auf den Geschoss nahe. Okay. Ah, sehr schön. Wie kommen die noch weg? Sehr gut. Und ja. Dann würde ich sagen, hier entpacken. Steuerung, bitte. Ah. Warum kann ich den nicht entpacken? Ja, sag mal. Ich kann den nicht entpacken. Äh, was ist denn jetzt los? Ah, jetzt. Okay. Ah, so nah? Na gut, gut. Wird alles gut. Ja, Sir. Bleibt alle da mal stehen. Pas schon, passt schon. So, ihr könntet euch hier mal hinstellen. Und dann einfach mal aufteilen. Ja, passt schon. So. Ich sag nichts, ich sag nichts. Okay, ich könnte eine Hand nötz machen. Aber ich baue erstmal das hier. Ah, passt schon. So, warte mal. Und ihr stellt euch hier mal so ein bisschen in die Mitte. Mhm. Okay, die kommen jetzt auf uns zu. Du hältst wenig aus. Du könntest dich auch mal mit Tieren stellen. Okay. Der eine schießt vorher irgendwie drauf. Ja, das ist okay. Okay, lustig. Ähm, ja. Geh mal. Ich hoffe nicht, dass ich mich... Ah, das war glaube ich dem nicht. Konnte ich nicht eigentlich auch irgendwie Bäume entfernen? Ah, guckst du mich an. Ah, kriegst du alles wieder? Ich weiß es nicht. Komm, wir bauen jetzt erstmal die Handnutz. Die baue ich nämlich hier daneben. Wenn ich die hier hingebaut habe, kann ich da erst die Bewegung hinsetzen und dann sollte alles gut sein. Sollte alles gut sein, ja. Kommt da... Ja, kommt noch jemand durch. Warum leckt das? Warum? Ja, wir warten erstmal, oder? Warten wir bis das fertig ist. 2000 glaube ich. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach paar Bazooka Typen. Ja, komm. Kann dir schaden und die stellen wir vielleicht direkt hier an die Seite. Stimmt, wir können ja noch gar keine Verteidigungstürme bauen. Ah, stelle ich mal hin. So, dann können wir da erstmal die Beom wegnehmen. Das bedeutet natürlich, dass deren Sucher gerade läuft. Das heißt, wir produzieren hier gut nach, die Leute. Wart mal stell du dich mal hier hin. Ja. Irgendwie leckt das gerade. Der ist jung geschuldet, oder was? Weiß nicht. Okay, sehr gut. Wenn wir das haben... Weiß jetzt nicht, ob hier unten noch ein Turm steht. Ich gehe einfach mal auf Speichern. Sollte passen. Ah, Bazooka Typen kann hier auch so ein bisschen reagieren. Sehr gut. Der ist weg. So, was können wir da? Kommunikationscenter können wir noch bauen? Machen wir das hier mal. Muss eh mal gucken, was jetzt bei Not anders ist mit dem Bauen. Ah, ist halt die Frage, kommt der bis durch oder ist da zu viel TB und Wye? Sonst würde ich den gerne mal hier mit hinpacken. Vielleicht hier hin. Wäre ganz lustig. Mal probieren. So, und du kommst mit... Hier. So, das gleich fertig. Und warte ich hier noch, bis er wieder ankommt. Voll merkwürdig, jetzt einen roten TB-Rum-Sucher zu haben. Der Rest geht alles, ne? Aber das Ding irgendwie ist... ist... Suspekt. Ähm... Oben... Ja. Haben wir jetzt noch einen Minimap. Sehr gut. Und... Und dann... Ja, ich würde sagen, bauen wir von denen ein paar Dinger und dann ist gut. Weil wir können jetzt hier eh keine anderen Gebäude bauen. Ja. Ja, bauen wir die Teilen und Gutes. Dass wir die roten sind auf der Karte. Okay. Ja komm, bauen wir beide so ein Gutes. So, und dann würde ich sagen, gleich mal Angriff. Lassen wir ein paar stehen da zur Verteidigung. Ja, ich glaub, egal. Reparieren und so können wir, glaub ich, eh noch nicht. Speicher hier mal. Vielleicht kriegen wir gleich einen TB-Rum-Sucher. Ah, okay, und da kommen sie. Na gut. Gut. Halt sie weg. Sehr gut. Warum rennst du eigentlich aufs TB? Ne. Wird schon. Wird schon alles irgendwie Sinn ergeben. Ähm... Ja. Gehen wir mal hin. Ich krieg den halt nicht aktiv... Den zu treffen, ey. Ach so, Silos. Ja, gut. Kann ich auch bauen, aber ich kann doch einfach nur... Aber ich kann auch Silos bauen. Na klar. Kann ich hier ein bisschen nachproduzieren? Ich muss mir halt noch mal gucken, was der Shortcut war für selbe Einheit noch mal herstellen. Ah, low power, okay. Wollen wir hier noch eins? So, die stehen hier, lustig. Okay, cool. Ah, ja. Was geil ist, die haben keinen Feuerwerfer mehr. Ja, geht rauf auf den. Okay, dann sammelt ihr euch hier. Sammelt, ja, ihr seid doch, ach Gott. Kraft einfach die hier an. Ähm, na, keine Ahnung, mach erst mal das weg. Okay. Wir bauen hier noch mal ein paar. Die anderen hab ich da jetzt einfach mal. Sollen sie fragen. Ähm. Pickt das hin oder auf der... Boah, hier von ein paar. Und stell sie erst mal hier hin. Dann sollte das schon mal passen. Ach, sind nur meine oder was die leben? Okay, cool. Äh. Keine Ahnung. Komm, wartet einfach kurz. So, ich könnte natürlich noch eine Hand Nutz bauen. Und ich... Ja, vielleicht noch ein DB im Suche. Eigentlich eine coole Idee. Na, ich brauch einfach die Dinger und dann ist gut. Schade jetzt halt eigentlich um die Fahrzeuge. Gibt's hier irgendwie Kohle von... Weil... Not hat die Dinger doch hier immer zerstört, ne? Probier mal. Während ich hier einfach nachbaue. Okay, ist da mal. Ah, okay. Dann schickt er, glaub ich, hier Leute her. Was schießen die eigentlich genau ab? Na gut, gut. Ah, okay. Wichtig. Ja, schießt das mal ab. Okay. Ja, weil dann schickt er irgendwie Leute los. Was auch interessant ist. Kriegt er den hin? Ja, ist ja schön. Und wir hat auf jeden Fall jetzt mal den Geldbeutel... ...in Beobachtung halten. Und das wär's letzte. Nee, gab aber anscheinend keine Kohle. Achso, naja, dann durfte aber mal hier oben hin. Nicht... Bitte hier oben lang. Wär zucker süß. Dankeschön. Bitte oben lang. Sehr schön. So. Ja, passt schon. So, dann werden wir alle hier nehmen. Wir haben erstmal seine Bässe zerstört. Oder erstmal die. Die da einfach weg. Kommen die jetzt her oder was? Blut ist natürlich, wenn sie jetzt so Bässe laufen. Halt den jetzt weg. Halt den verdammt nochmal weg. So, dann haut das Ding weg. Ah, okay, die Granatenteile sind halt nicht so clever. Ja. Was geht da ab? Ach, nicht gut. Nicht gut. Aber du erstmal den weg. Was hat der schon mein Sino zerstört? Ähm, okay. Der hat auch keinen Bock, den anzugreifen. Ich stelle mich nicht clever an. Egal, ich glaube. Aber jetzt einfach die Teilen und dann ist gut. Ähm, naja. Wollen wir es weiter? Wenn er Bock hat, sagt, also sagt, ob er Bock hat, dann machen wir es. Okay. Ich baue erstmal ein paar mehr. So, ich brauche eigentlich bloß die Kaserne rausnehmen. War eigentlich dämlich, weil dann kann er keine Nachbauen. Denn ist gut. Sehr gut. Und ich muss sie verteilter duschen. Reicht das jetzt? Ja, müsste eigentlich reichen, um zumindest mal, ja, ne, dem nicht von hier. Gut, dann baue ich noch ein, zwei. Er fährt ja jetzt schnell. Erstmal Kaserne rausnehmen, ja. Ja, es müsste einfach schneller gehen, ja. Also, wir machen mal das. Ich verkompliziere das aber auch immer. Ist zwar unnötig. Na gut. Hauptsache, macht Spaß, ja. Die Berium-Silo brauchen wir erstmal nicht. Aber wir können das aber trotzdem hier alles. Und das Ding. Aber schon. Das Ding ist natürlich, er kann auch währenddessen nachbauen. Macht er das selbst ja auch, ne? Müsste. Okay, aber kommt ja ganz schön gut Geld rein. So, da unten ist der Erntesucher. Können wir aber nicht ohne Fahrzeuge angreifen. Ist das blöde? Weil der überfährt uns einfach. Ist aber schon im Bau, ne? Verstehe ich manchmal nicht. Ein oder zweimal noch und dann ist das voll. Ja, ist eigentlich, das war schon wieder taktisch richtig blöd. Weil in der Zeit kann er schön hier nachbauen alles. Strategisch überhaupt nicht clever. Was gut ist, wenn er dann hier mit hingeht. Ah, den bekomme ich leider nicht mehr. Da habe ich meine Fahrzeuge zu einfach verwahrten. Naja, aber irgendwie am Ende klappt es ja immer, ne? Dass ich in der dritten Mission mich schon so dämlich anstelle. Ja, was willst du sagen? Mach voll jetzt. Ja, sollte reichen. Wah, das ist doch ein Witz jetzt. Komm. Weil wenn wir den haben, geht das schon mal schneller. Unten würde mich keiner angreifen. Wenn sie da angreifen, kann ich ja oben definitiv noch leichter ran. So, gleich muss er auf jeden Fall hier runter. Gucke ich erstmal, dass ich die hier drauf, ne, erstmal auf die Kaserne schicke und dann hier drauf, ne? Okay. Perfekt. Ja, ist egal wohin. So, dann baue ich hier nochmal ein bisschen nach. Weil über die Masse sollten wir es dann schon packen. Ein bisschen haben sie hier, ne? Nicht mehr viel. Und dann könnten die nämlich im Weg stehen. So, es sollte aber auch schon ausreichen. So, okay. Und er geht, ne, noch nicht runter. So, es sollte aber ausreichen, jetzt oben zumindest erstmal die Kaserne wegzunehmen. Wart mal, geht erstmal, ne, hier hoch. Ne, hier hoch. So, dann nehmt ihr, ja komm, nehmt erstmal die Kaserne. Na, okay, dann geht erstmal hin. Nehmt die Kaserne raus. So, und sobald die weg ist, nehmt erstmal das raus und dann ist er entspannt. So, kann sein, dass die jetzt... Oh, die gehen jetzt zur Base, okay. Ach, ich hab sie schon wieder nicht mehr im... So, und damit gehen wir gleich erstmal rüber über die Teile. Ah, nicht gut. Ah, das, also das hätte ich dann auch verdient. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil so demnächst kann man sich gar nicht anstellen. Okay, cool. Zumindest kann er jetzt auch nichts mehr nach. Okay. Ja gut, dann. Weiter deines Amtes. So, das einzigem, was mir jetzt so gefährlich werden könnte, ist sein, äh, Erntesucher. Okay. Weiter im Text. Nehmt erstmal das raus. Es tut mir leid. Ich mach das nicht mit Absicht. Nicht, nicht 100% mit Absicht. Mach da so viel Schaden, ne? Okay. Na dann. Aber lustig, ne? Klar, also schicken sie einfach alles zu meiner Base. Ah, okay, er greift meine nicht an, was gut ist. Tiberium-Sucher hätte ich auch einfach einnehmen können, aber... Also hier, das... Die Fabrik. Ich hab das so rausgezögert, ey. Hab da? Okay, sehr gut. So, und hier war noch das Ding. Was ist das überhaupt? Weil sowas hatten wir nie. Ich hab mich nur gespeichert, da, okay. Ach, ist das... Was mach ich denn, verdammt, nochmal? Ich baue jetzt gleich den. Nimm damit das Tiberium-Ding ein. Ja. Ach. Komm, wir bauen hier schnell noch einen hin. Dann geht das zumindest fixer. Okay. Also das Gebäude nicht zerstören, aber den Rest anscheinend. Ich sollte mehr zuhören. Das ist der erste Part, den ich heute aufnehme. Da bin ich immer so ein bisschen... Naja. So, so peinlich, ey. Also was gut ist, dass da die da stehen, könnte ich den eigentlich direkt hinschicken. Da hat er jetzt noch nicht so viele. Steht auch noch ein Fahrzeug. Dann hätte ich drei Stück und kann hier unendlich nachproduzieren. Ah. Warum könnte ich da einfach mir eine Not-Hand hinbauen und müsste mal gucken, das Primärgebäude war ein guter Tipp, dass ich dann eine Produktionsstätte zum Primärgebäude machen kann. Das wäre noch gut. Hier oben, das lasse ich stehen. Das hat irgendwie keinen Zweck, die Zivilisten wegzubannern. Ja, offiziell sind wir die Guten. Also eigentlich theoretisch könnte es dadurch vielleicht keinen Sinn ergeben. Ja, komm, jetzt mach den ein. Dann nochmal. So, wenn die da stehen, leite ich gleich den Ingenieur durch. Sammeln schon nieder. Dann können wir vielleicht den TB-Umsucher auch mal wegballern. Achso, warte mal, warte mal. Da ist doch irgendwas. Hier ist doch irgendwas. Ach, das ist unser, oder wie? Und den müssen wir retten, oder was? So, okay. Vielleicht baue ich hier nochmal ein Silo hin. Strom könnte erstmal gehen. So, und dann jetzt hier vor ein paar. Dann schicke ich dir gleich mit. Okay, aufpassen, aufpassen. Sehr kurios ist das. Die anderen Hand baue ich da oben mit denen hin. Unten, das ist der Typ, den wir retten müssen, oder wie? Warte ich hin. Irgendwie konnte ich das auch aktivieren lassen, die Seite. Und das könnte Erntesucher sein. So, falls ihr da angreifen, habe ich da Leute stehen. Ingenieur hätte ich natürlich rausfischen können. Aber ich würde fast... Ah, oder? Doch, eigentlich so viel sollte hier nicht passieren. Weil dann würde ich die hier mal durchlotsen. Wo ist mein Ingenieur? Das war absolut schwaßsinnig. War so klar, dass der eine den dann noch... Okay, wo ist mein Ingenieur da? Ich stelle mich halt wirklich auch nicht clever an. Das ist mir bewusst. So, mal gucken. Komme ich hier, kann ich den durchschlängeln? Ne, 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 bleib mal hier. Hier kommst du doch auch irgendwie durchgewatscht. Verdammt nochmal, jetzt bleib hier. Könnte natürlich auch einfach... Soll ich das Ding einnehmen? Ja gut, ist das weg, ne. Das ist gar nicht mal so dämlich. Ach so, gleich sollte ich das einnehmen. Das könnte natürlich auch sein. Ah, okay, dann geht mal hier rum. Okay, dann kommt einer, warten wir mal. So, dann bauen wir auf jeden Fall hier noch einen. So, jetzt ist die Frage, der wird hier drinnen mitstehen. So, und dann macht euch bereit. So, und du nimmst dann gleich erstmal das Ding hier ein. Genau, sehr gut. Und bloß werden bitte nicht überfahren. Na, mit dem Part kann ich mich da nicht irgendwie profilieren. Das ist mir bewusst. Okay, harte, ich stehe mal irgendwie nicht so doof im Weg rum. Kann aber auch sein. Warte mal, ich glaube den hier einnehmen. Ah, okay. Na gut, na gut. Ist ja, ist ja richtig. Ja, haben wir wieder erfolgreich ein paar Leute auf die Palme gebracht. 28% Leadership. Na gut, Effizienz 4%. Na ja, besser als sonst, ne. Ja, super. Ich würde sagen, in drei Tagen gibt es die nächste Mission Mission 4 bei Not. Also, ne, von der Not CD, von der CD 2. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis dahin.